So, wir sind hoffentlich... äh, dann, äh... Ist das möglich? Ja, aber was bringt man... okay, hier auf. Eigentlich können wir auch die Plattform benutzen, aber... Oh Gott. Okay. Bin ich ein... wo muss ich überhaupt hin? Ah, da sieht's richtig aus. Oha, Sternhafen hier. Okay, hier ist noch ein Differmau. Ja, hier ist noch ein Differmau, ich komme nicht mehr hier. Hier ist noch ein Differmau. Und jetzt ist noch ein Differmau. ja die lageräume für ok okay also schauen wir gibt es mal dir nur gesagt sneaky ok aber schon mal hier wir müssen warten sonst können wir nicht schießen die waffe hätten sie gern schwächer machen sollen aber dafür unendliche munitionen oder so irgendwie das ist super nervig äh soll der fahren oh Also ist das Spiel jetzt eine Comedy? Ist das ein trauriger... Oh Mann. Ich habe noch einen Muni hier. Nun gut 29 Schuss Why not He sure has built quite the palace for himself here It has what you want to call it We are going to stop him KitKat Mr. Mason needs to be avenged I think he has been shooting Ich weiß nicht, wie die hier immer durchkommen, die böse Wichter. Aber... So. Oh, ich dachte, es geht nach oben. Also hätte ich jetzt wirklich gedacht. Und die Waffe hier ist abgewühlt. Also, selbst wenn du mit irgendeiner Waffe hier die... Na, ist... Was das? Das ist mir garantiert Minen. Na, oder auch nicht. Aber instant Tode wahrscheinlich. Okay, was ist das? Okay, kommen wir nicht durch. Das ist schlecht. Spinnenweben. In der Größe... Würden die Dinger hier nicht noch liegen. Würde ich jetzt behaupten. Hm, naja. So. Ach so, auf der Ansehe gibt es hier bestimmt noch mal einen. Weil sicher ist sicher, ne? Wenn du mal im Notfall einen Schalter umlegen musst hier mit... Nicht explodiert musst du erst in zwei Stellen laufen. Ähm... Gibt kein Master Schalter. Ähm... 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 Verarschen. Okay, wie oft muss ich denn... Oh Gott, warum zieht das so viel AP ab? Das ist... Ah, die hätten da einfach nur eine Mauer machen müssen. Unnötig. Wirklich unnötig. Und ich kann immer wieder das sagen. Es gibt... Raumschiffe. Es gibt Flugzeuge. Es ist möglich, schneller irgendwo hier hinzukommen. Gut, wir sind jetzt noch unten gefahren, aber... Ja... Macht keinen Sinn, dir oben einen großen Palast zu bauen. Wenn du unten... Äh... Dein Versteck... Na, zu sagen, Verstecker hast. Musst du ja auch... Und du willst doch... Ähm... Dann nicht gefunden werden, oder... Ach, keine Ahnung. Ich weiß... Ich weiß nicht, was das hier... Keine Ahnung. Außer es ist von vornherein als... Äh... Festung gedacht. Dann ist es ja so in Ordnung. Und die Schalter sollten vielleicht nicht für jedermann zugänglich sein, hier. Hey! Saved to Checkpoint. Welcome back, Mira. You've been gone for far too long. Dr. Klon, I know it's you. Why are you hiding from me? In seinem Tempel hier. After some soul searching looks like Jalen has finally proved her worth. I hate to break it to you. But she's out of commission now. I suppose a little sibling rivalry is never a bad thing. Wait a minute. What do you mean sibling? Ist mal ein Roboter. Do the math, Mira. You were in the same lab together. As Hysonics. Sir, Jalen is my... But why did you have to kill Mr. Mason? Mr. Mason was a traitor to my cause. He never should have left with such important information. You are the finest experiment in my entire collection. Mira, you are the perfect fusion of morphite and human. Because of this, I'm afraid I'm going to need to dissect you. But why? Er weiß doch schon, wie es funktioniert. Oh, ist das dumm. It's the only way to perfect the formula. Er ist doch schon perfekt. Er hat doch schon gesch... Ist der dumm? Also, der weiß... Also... Ich habe einen Flquelett nachgedeckt. Ist das gut in der Nähe? Willkommen zurück Mira. Tut mir leid. Ich glaube, ich kann mir dazwischen schon mehr Cover machen. Oh, warum nicht? So, nochmal kurz. Sie ist ein Experiment von ihm. Aber er weiß doch schon dann, was er braucht. Er wird doch verschiedene Testobjekte gehabt haben. Mit verschiedenen Mischungen zwischen Morphid und Mensch. Warum? Also, das ist unglaublich schlecht. Das ist unglaublich klischeehaft. Und unglaublich schlechter. Aber es funktioniert... Nein. Ah, ah. Deswegen wird doch Buch geführt während Experimenten. Immer und immer wiederholt. Mit minimalen Unterschieden. Also... Ne? Das einzige, was in diesem Fall ungewiss ist, wahrscheinlich... Äh, ja... Oh, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Das ist nicht... Alter, du bist... ... durch. Achso. Hä? Ich muss noch mal rausfinden, wann er hier liegt. Keine Ahnung. Die Morphid ist weg. Was ist passiert? Was machen sie mit mir? Was machen sie mit mir? Ne? Typisch. Wow. Ich weiß ja sofort. Waffe ordentlich aussuchen hier. Okay. Er ist unverwundbar. Wie kann ich denn... Ah, die Beine. Danke Puddles. Ah, die Beine. Aber wenn ich den immer wieder beschwören kann und der und sterbe hier ist, dann macht das keinen Sinn, dass es der wirklich Optimzeit hat. So viele Sachen hier, die... Ein Zeitreisender. Woher? Woher? Woher will sie jetzt sagen? Oh, ich verstöre. Ich weiß, was du machst. Ist klar. Hä? Hä? Ach komm. Oh nein. Wieder neue, oder? Komplett? Oh, ich geh kaputt ey. Und dass man das nicht mal skippen kann. Also das Spiel gehört wirklich zu den erst vielversprechendsten und dann zu den fast enttäuschendsten spielen überhaupt. Ja, ich mach mal jetzt, wir sehen uns gleich wieder. Ja. Hate to break...